Hallo und herzlich willkommen Halt die Fresse, hallo und herzlich willkommen zur Aufnahme So, es gibt ja Administrator, Moderator, das ist ein eigener Ladebildroom, wie ihr seht Das sind aber 72 von 76 Leuten gerade drauf Geile, ich hab links im Grunde ein Du kannst Donation, dann kannst du dein eigenes Lager bauen Dann gibt's Custom Buildings, Custom Cities, Custom Mods Und NPC Missions Also genug von allem Ja, und wahrscheinlich ziemlich viel PvP, so groß wie das aber und so voll wie er ist Und es gibt no Hacking, no International Duping or Exploding Bugs No Combat Logging, no Offensive Rearly, bla 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 Das könnt ihr euch alles selber durch Bla bla bla, interessiert uns nicht Genau, so sieht's aus Es gibt 5 Owner, es gibt 2 Administratoren und 6 Mods auf dem Server All so genug Dreckskerle Die uns spannen können Könnten Nein, wir hacken nur mit 20 Taus- Nein, von den 1 Millionen Vehikel kriegen wir nur 20 Taus- 20 Millionen Ja, ja Ja, ja Deine Mathematik ist nicht wirklich gut, Markus Ich weiss, frag mich was anderes Physik Vergiss es, Physik lieber auch nicht Zombie-Communities Nein, Som- Etienne, hattest du bei deinem Ladescreen links oben auch so einen Kreis durchgestrichen? Markus Physik, wie groß stört dort Siegskraft? Das ist das für Shadowplay, Markus, dieses Zeichen Wieso habe ich das jetzt? Ich weiß nicht, ich habe das auch noch Aber egal, seid da, stört ja gar nicht an Ich nehme trotzdem die Fraps auf Mich stört Ja, ich bin schon in der Aufnahme, ich kann das sowas nicht mehr wählen Jetzt connect doch endlich, ey, die Leute wollen nicht die ganze Zeit in Ladebildschirme sehen, das ist anweilig Loading Character-Data, please wait Markus, ACX Kraft der Erde 9,81 Loading and Installize D7 Ja, 9,8 heisst Härtapfel Warte, 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 warte Meter in den Quadratsekund Nein Ja stimmt, Stefan, es stimmt Meter pro Quadratsekund, da hast du recht Okay, das ist ein Hack-Server, glaub ich, oder? Glaubst du doch selber nicht Das ist geil Ich will jetzt sehen, wenn er reinkommt, startet wieder mit dem Teaser Alter, ist das geil Ich will jetzt sehen, wenn er reinkommt, das ist richtig geil Alter, bei mir schmiert mein ganzes Arme ab Mit dem Teaser Teaser, 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 mal sehen, ob es jetzt geht Ich will jetzt sehen, wie er startet, Alter, ist das geil Der Server ist voll Komm, du schaffst es noch, ich connect, disconnect immer Ich hab 43 Frames, das läuft auch Silvan, bin drauf Du wirst sehen, wie du startet Alter, das Server ist bis jetzt schon awesome Lass mich raten, Alice Bank mit ner, ähm, keine Ahnung, Sniper mit Thermalvisier Du wirst schon sehen, wie du startet, das ist abnormal geil Es ist keine, du startest ohne Waffe, glaub ich, am Anfang Weiß ich noch nicht Ja Also, äh, Etienne, Etienne, ich sag dir, reich dir kein Fahrzeug unter die Füßen Fahrzeug kommt an die Ich hab das mit der Armbrust Mit Crossbow mit 6 Schüssen Also, ich hab das mit der Armbrust Mit Crossbow mit 6 Schüssen Also, ich hab das mit der Taser Nein, Bob Lee Swagger Heist den Hehehe Die kann ich auch töten mit Warte, wir arbeiten, ja, wir sind auf den 31er Stimmen Auf den Vehicles Kreuz 1 Ja, mit Gut Der war voll Ja, ich weiß, ich bin aber trotzdem drauf Ja, bin auch drauf Silvan, du auch? Ich bin dort auch Ich bin dort am Bettel, also, wo wir uns schon verprügelt haben Zum Beispiel, Leute, dort bin ich glaube ich Übrigens, Silvan, wo wir nur auf einem Servermann, weißt du, wir crossen durch die King, die Ja, ja, genau, das ist sehr fesch Das war Das war Das war die Schleuerbeide, das hab ich ganz vergessen, was was geht Die Ploy Gyrocopter Ohne Spaß Wow, shit Ich denk grad an Dota Ich denk grad an Dota 2 Gyrocopter Nein, das sind doch gar nicht der scheiß Helikopter, wo man eine Landebahn braucht Oh, ich hab nicht alle Worte gemacht, sag mal zu Ich hab eine K-A-R-K-A-R-98-K Äh, das ist, ich sag mal, das ist so eine, ja, eine Halbsniper sozusagen Silvan, du weisst noch das Battle, wo der Ja, genau Silvan, weisst du noch, wo der auf dem, ähm, Tank war? Ah, ja, genau Und der sich die ganze Zeit angeschossen hat, die Waffe, die hatte ich Er hat meine genommen und hat sich dort weiterverkämmt Und im Wifi kam jetzt sogar 20 Mal Markus, bist du schon drin? Äh, nein, etwa 10 Mal Oh, okay Äh, äh, bestohlen und knietete Er von hinten, Receiving Data Du wirst sehen, was am Anfang passiert, Markus, das ist egal Also es dauert, es stand bei dir auch so lange Receiving Data Oh mein Gott, ich hab ne AKM gefunden In einer Halle da drinnen Ich weiß, hier gibt es an jeder Ecke eine Waffe Oh mein Gott, du lappst nach zwei Minuten noch Ja, hier ist kein Spiel, komischerweise Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ich wundere mich selber, dass ich noch lebe Nein, hab ich von der Headshot gekillt Hahaha Jolo Der links oben also sieht man, wenn jemand stirbt und steht oben mit welcher Waffen und 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 Nein, es ist nicht mehr drauf. Ja, das dauert alles relativ lang... Das ging bei mir in zwei Sekunden. Ich habe etwas im Antik gefunden. Wie sehe ich jetzt aus? Oh ja, ich bin der Schwarze Soldier. Ja, geil! Simon, weißt du noch. Ich hab einen Alice Pack. und ich habe ein Camping-Tent. Wenn ich jetzt ganz viele Waffen suche, dann gebe ich mir ein Camping-Tent rein. Und dann gebe ich mir ein Tripli-Kill. Etch, 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 das Witzige ist, ich und Silvan, wir sind durch eine Stadt gerannt, da standen ca. 100 Zelte. Auf jeder Kreuzung standen drei Stück. Bauen wir uns eine Basisaufbau, wo wir ganz viele Waffen reinlegen. Ich habe ein Camping-Tent. Kann man Häuser bauen? Du kannst, glaube ich, so eine Art Häuser bauen. Bauen wir Häuser und safen dort. Alter, bei mir steht immer noch Receiving-Data. Das dauert schon letztlich lang, wie gesagt. Mit Receiving-Data. Aber immerhin, es kommt wie ein Millimeter-Promi. Etienne, Etienne, ich meine, nachdem ich OK gedrückt habe. Ja, natürlich. Ich habe auch eine Pistole gefunden mittlerweile. Was ist das für eine Pistole? Eine MK-22 SD. Boah, mein Spiel kackt schon wieder ab. Ah, lol, funktioniert nicht mehr, deshalb. Ja, aber gut. Eine Bro-Wing-HP. Okay. Ich warte in 10 Minuten. Loll. Hat jemand ein riesiges fettes Sniper gehabt nach oben links. Boah, Silvan. Ich... Silvan, ich fuck mich. Warum passiert nichts? Oh, jetzt weiß ich's. Das Spiel ist abgekackt. Ich renne durch die Stadt und hab ganz viel Spaß. Warte, NPC-Mission, Custom Mods, Custom Cities, Custom Outposts und was? Donation Perks. Ja, wenn du spendest für den Server, dann kriegst du... Nice! Was? Zombies. Ich hate to win. Das ist nur eine Basis dafür, nichts anderes. Warte. No hacking, no international dubbing or exploding bugs. Das heißt, man nennt Tuping Markus und heißt, äh, Sachen klonen, sozusagen. So kopieren. Okay, gerne klonen. Wenn du einfach tötest und hast du keine Ahnung. Hey, hey. No kamikaze of vehicles players. Ah, nicht gegen die Wand laufen. Das wär doch geil. Einfach kamikaze. Kamikaze Helikopter. Du hast nach 3 Stunden Spielen einen Helikopter gefunden. Boom in der Basis. Nein, du kannst einen deployen. Du kannst einen Helikopter deployen. Also die Gyrokopter, ja. Ich warst einen Unchem parts und einmal halt mehr runter. Ey, Silvan. Sollen wir damit, den kann ich auch umgehen. Ich hab einen Kaiser gefunden. Warte mal, du bist zu Ben-Yedingsbums, stimmt's? Ich bin recht oben und stammt. Ja, dieses Ben-Yedingsbums. Silvan, wo wir immer gesponsert und battle gemacht haben. Ich war auch dabei. Da hat kein Bock. 60 FPS, da hat es echt kein Bock. LOL! Ich hab Fall! LOL, ich fliege! Genau so startet man, hab's doch gesagt. Was? Mit dem einen Helikopter. Nein, du fliegst mal. Psst, Silvan muss selber sehen. Okay. Silvan, du bist dann sehen. Das ist geil. Es 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 ist geil. Mal ein bisschen im Black Soldier siehst, dann sagst du. Also tötet dich nicht. Äh, ich fliege gerade ein bisschen über der Stadt, glaube ich, oder so. Das ist sehr gut. Ich bin auch mitten in der Stadt schon gelandet. Oh, Halo-Jump. Ja. Geil. Ich hab doch keinen Spieler gefunden, bitte. Das ist doch kaputt, Alter. Ich bin mitten in Berenzino. Kann doch vielleicht sein, dass wir keine Gegner sind. Das ist das Schaffe. Hä? Geh gleich Fahrrad fahren. Lade, du Scheissdreck. Oh, ich hab ne AK107 gefunden. Die ist relativ geil. Finde ich halt. Äh, Silvan, weiss was ich gerade suche? Was? Unseren Spot. Aha. Wie gesagt, im Berenzino sind keine Leute. Gar nicht genau. Ja, ja, ich suche... Ich suche... Lade, du Scheissdreck. Ist schlecht abgestützt. Mal schauen. Bandits have a setup of medical resupply. Ich... Krieg mal. Äh, gib mal. Das könnte auch helfen. Hat der Gottmord? Oh, ich hab ihn gekillt. Natürlich Gottmord. Ich hab ihn zwittert. Alles cool. Hä? Alles gut. Ich war links oben, Markus. Yeah. Aus drei Meter Entfernung. Der war direkt in der Schule mit mir. Ich hab einen Main-Rotor gefunden. Keine Rückmeldung. Sicherlich. Markus, Main-Rotor. Das heißt, ich kann gleich fliegen. Heli. Ich brauch nur mehr Engine-Parts. Ich sag, der Gyrocopter ist so geil. Silvan und ich haben's schon rausgefunden. Ja, wir brauchen noch Dings. Wir brauchen einmal Engine-Parts. Ich brauch deine Hilfe. Hilf mir Engine-Parts. Ich bin gerade mal schnell. Ich fliege irgendwo runter. I believe I can fly. I believe I can fly. Warum hast du den Fallschirm? Hast du halt oben schon gezündet? Ich bin ohne Fallschirm gestartet. Ich bin schon so weit runter. Ey Silvan, das heißt nicht, I believe I can fly. Das heißt, I believe I can fall. I believe you will fly. Markus, du hattest schon ganz oben den Fallschirm oder wie? Ups, ja, ich hab mal da oben schon gezündet. Idiot. Bin ich halt jetzt runtergeflogen ohne Fallschirm? Nein, 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 nein Survivor City wieder? Outposts, Silvan, du weisst was wir machen. Und, hä, wo bin ich? Und zwar dort sterben oder was? Ja, warte, ich geh mal dann erst... Ne, 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 ne. Pff, bist du behindert. Wir gehen... Ne, warte. Oh, ja. Ähm, wir gehen... Ja, jetzt hab ich's vergessen. Supermarkt... Supermarkt in Berenzino. Oh, ja. Deploy-Bike. Ich tu erstmal ein Bike-Diplane, weil ich keinen Bock hab die ganze Sache zu fahren. Okay, auch noch zwei Tasks beenden. You have used toolbox to build a bike. How magical. Holy shit. Aber ich kann nicht einsteigen! Jetzt kann ich einsteigen. Toe, warning, spawn bikes do not save after server restart. You don't save. Lol, lol, ich kann's einpacken, okay. Jetzt kann ich das doch schon immer. Ein Fahrrad konnte man einpacken. I was serious. Ja, ja. Is there anything worth while a Berenzino? Hey, ich bin in Berenzino, ich bin ganz schlimm. Ja, so... Du bestätigst die Zeit wert. Also, wenn du engine parts hast, dann lass mich mit dem Heli fliegen, nehmlich. Das sah schon awesome. Ey, Girokotter ist nicht wirklich ein Heli. Ja, man kann's fliegen damit, reicht mir. Naja. Du bist echt im Dastischen und Heli . Scheiße, ich werde jetzt nur mit dem anderen Fahrrad verfolgt. Ich habe einen Gegenüber gesetzt und den habe ich getötet. Mödes von. Flair 57. Kommst du noch 350 Meter hoch? Nein, das sind 57 Spieler innerhalb von 2000 Metern in meiner Nähe. Wtf. Oh, einer schiesst gerade. Ich habe wieder ein Main Road Assembly. Ich habe Engine Parts. Haha, ich bin jetzt ein Gyrokopter. Wisst ihr, was ich an dem Server noch mal lustig finde? Es steht 1 Million Vehicles, dann nachher 800 plus. Vehicles. They're lying to us. Fahrschlampe, Fahrschlampe, Fahrschlampe. Ich muss hier irgendwo ab, wie gut im Film entkommen. Ich bin jetzt Gyrokopter und tschüss. Haha, viel Spaß beim Verrecken. Ja, werde ich haben. So, da, komm schon. Das heißt, wenn ich einen Gyrokopter finde, einfach mal rufschiessen. Genau. Silvan, ich bin im Supermarkt. Wann weißt du was? Hier sind Main Road Assembly und Dings nebenan andere gelegen direkt. Silvan, ich habe ihn abgehängt. Ich bin im Supermarkt. Ja, wir spielen der Helikopter. Ja. Das geht's. Viel Spaß. Lol, Bier, ernst. Ich habe hier dabei, will ich mich verarschen. Peck Gyrokopter. Genau. Nein, ich habe Bier dabei. Ich fliege jetzt Gyrokopter. Ich werde dich jetzt ziemlich schnell sterben. Oh, ja. Oh, nach ne Uhr. Spontjobbos do not save of the serveries. Wie, bumm. Egal, ich fliege jetzt los, wenn ich gut bin. Ich fliege jetzt zum Outpost. Boah, Alter, der hat mich verjagt gerade. Ja. Ja.